Dieses Teil 3 meiner Reihe über den Paradigmenwechsel, es macht natürlich wenig Sinn, wenn ihr mit diesem Teil anfangt. Also fangt mit Teil 1 an, findet ihr alles auf YouTube oder auf meinem Telegram-Kanal. Das verkrüppelte menschliche Selbstbild. Wer oder was wir sind, ist eine extrem wichtige Frage. Und sie lässt sich innerhalb eines dualistischen Weltbildes nicht vollständig beantworten. Und zwar aus einer simplen Tatsache heraus. Der Dualismus fordert, dass wir uns entscheiden und uns von dem, für das wir uns nicht entschieden haben, abgrenzen. Wir müssen klar definieren. Es ist das eine und damit nicht das andere. Doch wir Menschen sind komplex und es ist nicht möglich, unser Verhalten und unser Wesen in so einfache schematische Raster zu pressen. Ein Mann kann zum Beispiel zum einen ein Soldat sein, der tötet und auch gleichzeitig ein liebender und fürsorglicher Familienvater. Es ist unmöglich, diesen Menschen auf eines von beidem zu reduzieren. Und doch müssen wir das tun, um ihn dualistisch zu definieren. Wir müssen ihn auf einen Teilaspekt beschränken und sehen dann nur das eine oder das andere. Was wir nicht sehen können, ist das, was sich aus den beiden Anteilen ergibt, denn das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Es ist also nötig, den Menschen gründlich zu betrachten und zu erkennen, was er wirklich ist. In der Regel tun wir das nur mit Menschen, die uns nahestehen. Ein Freund des Soldaten, der eventuell auch selber Soldat ist, wird keine Probleme haben, diese scheinbar im Widerspruch zueinander stehenden Teilaspekte zu einem Ganzen zusammenzufügen. Ein Vorgesetzter wird den Soldaten sehen und sich wenig um den Aspekt des Familienvaters scheren. Sein Kind wiederum wird den Soldaten nicht wahrnehmen. Und ein politischer Feind oder ein Gegner im Gefecht wird ausschließlich den Soldaten sehen, auch wenn er selber eventuell die gleichen Gegensätze in sich vereint. Wir sehen also, dass eine ganzheitliche Betrachtung eines Menschen schwer bis unmöglich ist. Jetzt geht das Ganze aber noch ein paar Ebenen tiefer. Ich möchte noch einmal auf das Beispiel Individuum zurückkommen. Was ist ein Individuum? Schauen wir uns einmal die genaue Wortbedeitung an. Erster Worteil in gleich Verneinung. Beispiel inakzeptabel oder intolerant. Zweiter Worteil dividere gleich Teilung. Beispiel dividieren oder divide et impera. Das ergibt folgende Wortbedeutung. Das Ungeteilte oder das Unteilbare. Also ein Teil eines größeren Ganzen, der untrennbar damit verbunden ist. Das ist die exakte Wortbedeutung. Es geht sogar noch weiter und bezeichnet es als das Unteilbare. Etwas, das man nicht teilen kann, beziehungsweise das nicht geteilt ist. Und was passiert, wenn man es dennoch teilt? Man zerstört es. Man macht aus einem Teil eines großen, machtvollen Ganzen eine isolierte und ohnmächtige Einheit, die mehr oder weniger sinnlos zwischen anderen isolierten Einheiten existiert. Das Resultat erleben wir täglich. Je industrialisierter ein Land ist, umso isolierter voneinander erleben sich die Menschen. Wir hetzen aneinander vorbei und leben nebeneinander her. Es stellt sich eine elementare, aber dennoch diffuse Leere ein, die man dann gerne mal mit Konsumgütern füllt. Doch spätestens im hohen Alter, wenn man in die besseren Verwahranstalten, welche sich Altenheime nennen, einzieht, beginnt man zu erkennen, dass das Kostbarste im Leben zwischenmenschliche Verbindungen sind. Und an denen mangelt es den modernen Menschen akut. Wir fühlen uns isoliert und zerbrochen. Ein harmonisches und intaktes Familienleben ist innerhalb des Wirtschaftssystems so gut wie unmöglich geworden, da beide Elternteile arbeiten müssen, um alles zu finanzieren. Darüber hinaus ergibt sich der private Freundesgeist in der Regel aus den Arbeitskollegen oder aus einem Hobby. Doch auch das spielt sich auf Ebenen ab, die mehr oder weniger oberflächlich sind und viele Menschen suchen ihr Leben lang nach mehr, ohne zu wissen, wo sie es finden können. Wir modernen Menschen haben das Unglücklichsein kultiviert und ganze Berufsgruppen geschaffen, die sich damit befassen. Psychologen, die uns, wenn wir ausgebrannt sind, wieder arbeitsfähig machen sollen. Selbsthilfegruppen, die sich in hilflosen Begründungen verlieren, warum der Mensch jetzt so unglücklich ist. Religionen, die innerhalb eines Regelkonstruktes das Gefühl von Zusammenhalt zu erwecken versuchen. Sportvereine und andere Zusammenschlüsse, die ein Gefühl der Verbundenheit in einem überschaubaren Rahmen simulieren. Dabei sind wir einfach nur einsam, da wir die Trennung bereits in unsere Selbstdefinition übernommen haben. Dieses falsche Selbstbild führt in Kombination mit den darwinistischen Lehren über die Generation zu einem völlig unlogischen Menschenbild. Nicht wenige Menschen sehen sich als Raubtier, als einsamer Wolf, der jagen und töten muss. Eventuell liegt es auch daran, dass das Bedürfnis, Fleisch zu essen, so tief in uns verankert ist, obwohl es weder gesund noch artgerecht ist. Wir wissen mittlerweile, dass wir sämtliche Nährstoffe, die uns tierische Produkte geben, wesentlich besser und effektiver aus Pflanzen resorbieren können. Von den Problemen der Massentierhaltung, Klammer auf, Antibiotika und hormonverseuchtes Fleisch und Milchprodukte, Klammer zu, ganz zu schweigen. Und dann noch wird das Recht auf die Beute, also das Stück Fleisch mit aller Gewalt verteidigt. Man sollte meinen, dass wir durch Beobachtung unseres Verhaltens, unseres Stoffwechsels etc. zu einem realistischen Selbstbild kommen. Noch kein Mensch hat nackt und ohne Werkzeug, Fallen oder Waffen regelmäßig Tiere erlegt. Und dennoch meinen wir, das wäre natürliches Verhalten. Dabei lässt alles, was wir tun, unsere Art der Kommunikation über das Internet, unsere Lebensweise und unsere Organisationsform auf etwas völlig anderes schließen. Wir Menschen sind offensichtlich Schwarmwesen. Es gibt wesentlich mehr Parallelen zwischen der Menschheit und einem Schwarm, als zwischen der Menschheit und einem Rudel Raubtiere. Ein Planet voller Raubtiere ist in etwa das, was wir erleben. Dauernde Konflikte, gegenseitiges Töten und eine unglaubliche Potenzierung von permanentem Leid, das auf der Ebene des Tieres, das für unsere Nährung sterben muss, beginnt und auf der Ebene des Menschen endet. Es ist einfach so, dass es zur Zeit mehr Leid auf der Welt gibt als Glück. Und es scheint, als ob eine der Kernursachen dafür in unserem falschen Selbstbild liegt. Ein Planet mit einer Schwarmintelligenz würde anders aussehen, da jeder sich als gleichwertiger Teil des Schwarmes begreifen und infolgedessen auch niemanden innerhalb des Schwarmes schaden kann, denn damit würde er sich selber schaden. Dass alles miteinander in Verbindung und Wechselwirkung steht, wurde von der modernen Physik hinlänglich bewiesen. Man sollte in diesem Zusammenhang das Phänomen der Quantenverschränkung erwähnen. Informationsteilchen, in Klammern Quanten, die einmal miteinander reagiert haben oder Teil des selben Prozesses waren, befinden sich einige Zeit im Zustand der Verschränkung. Das bedeutet, trennt man die Teilchen über eine willkürliche Distanz, es kann durchaus das andere Ende der Welt sein und wahrscheinlich sind auch wesentlich größere Distanzen möglich, so reagieren beide völlig gleichzeitig auf eine Manipulation von einem der beiden Teilchen. Einfacher formuliert, wir bringen zwei Elektronen, Teilchen A und B, in einen experimentellen Vorgang und bringen danach Teilchen A nach Asien und Teilchen B nach Nordamerika. Dann verändern wir Teilchen A und Teilchen B wird sich ohne jede Zeitversögerung auf dieselbe Weise verändern. Was bedeutet das für uns und unser Selbstbild? Wir stehen permanent in Kontakt mit anderen Menschen. Jeder Mensch hat ein messbares Energiefeld, das über seinen Körper hinaus strahlt. Diese Felder vermischen sich je nach Interaktion und damit nehmen Anteile dieser Felder den Zustand der Quantenverschränkung ein. Dies erklärt einige der Phänomene, die wir uns mit unserem bisherigen Weltbild nicht erklären können. Zum Beispiel, dass man spürt, wenn einem nahestehenden Menschen etwas geschehen ist. Je intensiver die zwischenmenschliche Interaktion, umso mehr Teilchen verschränken sich. Wenn ich neben jemandem im Bus sitze, gibt es bereits eine oberflächliche Verschränkung. Diese wird noch intensiver, wenn man mit diesem Menschen redet. Ist es ein nettes Gespräch, steigt die Intensität weiter. Ist die Verschränkung intensiv genug, begegnet man sich wieder, ohne es geplant zu haben. Wir reden da gerne von einem Zufall, da wir bisher nicht in der Lage sind, die physikalischen Begebenheiten, die dem Ganzen zugrunde liegen, in unser Alltagsmodell zu integrieren. Die intensivste Form der Verschränkung erleben wir beim Geschlechtsverkehr, was dann zu einem Gefühl der Verbundenheit führt. Ich rede hier noch nicht von Liebe, sondern von physikalischen und durchaus messbaren Ereignissen. Womit ich keinesfalls die Liebe in Abrede stellen möchte, aber dazu später mehr. Wir bewegen uns noch immer im Bereich der einfachen Physik und mitnichten im Bereich der Spiritualität. Doch wir erkennen jetzt bereits, dass es unmöglich ist, diese Bereiche klar voneinander zu trennen. Ich möchte verdeutlichen, dass unser physikalisches Verständnis diese Dinge durchaus zulässt und erklären kann, wenn es da nicht die dualistische Trennung gäbe, die das eine als empirischen Fakt und das andere als esoterische Theorie einstuft. Doch in Wahrheit ist da keine Trennung, so wie auch zwischen den Menschen keine wirkliche Trennung bestehen kann. Natürlich wirkt es auf uns so, als ob unser Körper die äußere Grenze darstellt, aber wir spüren ganz deutlich, dass dort mehr ist. Wie fühlst du dich, wenn dir jemand auf die Pelle rückt oder wenn es in der U-Bahn sehr eng wird? Du fühlst dich bedrängt. Wir sprechen da von einer Komfortzone, die einen etwa einen Meter großen Radius um uns herum beträgt. Witzigerweise sind wir da in einem Bereich, den man physikalisch erklären kann, aber unser aktuelles Weltbild wird an dieser Stelle diffus und spricht von einem unbestimmten Unwohlsein anstatt logisch und deduktiv zu Schlussfolgern. Im Gegenteil wird eine solche Schlussfolgerung als unlogisch und nicht wissenschaftlich bezeichnet. Wir sehen also, dass unser Weltbild alles andere als in sich geschlossen ist und uns abverlangt, die Fakten nicht anzuerkennen, wenn es Bestand haben will. Kommen wir mit diesem Informationsstand noch einmal auf den Begriff Individuum, das Unteilbare, zurück. Wir haben jetzt also gesehen, dass es keine wirkliche physikalische Trennung zwischen uns und unseren Mitmenschen gibt. Wir stehen permanent miteinander in Verbindung. Rupert Sheldrake hat das Ganze als morphogenetische Felder bezeichnet und alte Kulturen haben verschiedene Begriffe dafür, zum Beispiel die AK-Fäden der Huna-Lehre. Interessanterweise haben alle alten Hochkulturen davon gewusst. Jetzt sehen wir uns einmal an, wie viele Menschen es gibt und wie dichtgeballt wir teilweise leben. Gerade in Großstädten gibt es eine permanente Durchmüchung aller Felder miteinander. Damit lässt sich das Verbreiten von Trends und Verhaltensmemen sowie lokale Dialekte und Traditionen erklären. Das sind Informationen, die auch über die Felder übertragen werden. Wir vertreten heute gerne mal die Ansicht, dass es an den Medien oder an Werbung liegt, aber dieses Phänomen ist älter als die mediale Vernetzung. Im Gegenteil macht die Vernetzung gerade über das Internet nur das materiell greifbar und erfassbar, was auf energetischer Ebene sowieso existiert. Wir sind alle vernetzt. Doch unser aktuelles Selbstbild weigert sich, diese Vernetzung anzuerkennen. Man könnte dabei sogar von Angst sprechen. Angst, die Individualität zu verlieren. Doch wenn Individualität bedeutet, dass wir ein unteilbares Ganzes ergeben, dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Im Gegenteil führt diese Angst, dieses Festhalten an einem falschen Verständnis zu Isolation, Einsamkeit, Unglück und Leid. Es gibt einen einfachen Grund, warum wir mit unserem Logikmodell nicht begreifen können, was Individualität bedeutet. Dies ist elementar, um überhaupt das holistische Konzept zu begreifen. Darum werde ich darauf jetzt gesondert eingehen und mich dann mit dieser Information noch einmal dem Selbstbild zuwenden. Das Phänomen der sich bedingenden Gegensätze Wir sind jetzt an einem der wichtigsten Kernpunkte der Ganzheitlichkeit angelangt. Wenn wir das nicht begreifen, ist es unmöglich, ein holistisches Verständnis zu entwickeln. Dieser Punkt erschüttert unsere Alltagslogik in ihren Grundfesten und zeigt auf, dass das, was wir Logik nennen, unlogisch ist. Es geht um die sich bedingenden Gegensätze. Am deutlichsten wird dieses Konzept vom Yin-Yang-Symbol dargestellt. Wir alle kennen dieses Symbol, doch wirklich verstehen tun es die wenigsten. In diesem uralten Symbol wird sowohl das dualistische als auch das holistische Modell dargestellt. Es gibt mehrere Varianten, es zu betrachten. Variante A Wir machen den Fehler, eine Trennung zwischen dem hellen und dem dunklen Bereich zu legen. Das Helle hat mit dem dunklen nichts zu tun. Es ist ein Gegenpart, aber nicht dasselbe. Variante B Wir bewerten und sagen, das Helle ist das Gute oder das Weibliche oder sowas. Diese Bewertung wäre ohne eine Trennung der beiden Anteile nicht möglich. Variante C Wir erkennen das Symbol als Ganzes und sehen, dass seine Kreisform sich aus beiden Anteilen ergibt und dass sich diese Anteile wiederum vermischen. Das wird durch das Symbol, einmal durch die Punkte und durch die angedeutete Wirbelbewegung verdeutlicht. Es ist uns klar, dass die Kreisform, also das Ganze, nur existieren kann, wenn wir beide Anteile anerkennen und nicht voneinander trennen. Dieses Symbol kann uns also viel mehr zeigen, als wir bisher erkannt haben. Es zeigt uns unseren Bewusstseinszustand, dualistisch oder ganzheitlich, und zwar durch die Art, wie wir es betrachten. Ich kann nur wärmstens empfehlen, sich einmal bei der Betrachtung zu beobachten. In unserem dualistischen Logikmodell muss man sich entscheiden. Man kann nicht A und B sein, sondern muss sich für eines entscheiden. Dabei sehen wir doch in unser aller Alltag, dass dies unmöglich ist. Die meisten Menschen sind auf der Arbeit anders als im Privatleben. Sie sind also je nach ihrer Umgebung ein anderer Mensch, der anders redet, sich anders kleidert und eventuell sogar anders denkt. Dennoch können wir das anderen Menschen teilweise nur schwer zugestehen. Wenn sich die eine Rolle des Menschen von der anderen massiv unterscheidet, haben wir ein Problem, das anzunehmen. Dabei hat jeder von uns diese Gegensätze in sich. Und aus dem Zusammenspiel dieser Gegensätze ergibt sich der Mensch so, wie er wirklich ist. Das heißt, wir sind gleichzeitig A und B. Das ist etwas, was wir täglich erleben, aber gerne unter den Tisch fallen lassen, da so etwas in einem dualistischen Weltbild nicht möglich ist. Ein paar Beispiele dafür. Spirituelle Lehren befassen sich schon immer mit diesem Mysterium, das eigentlich keines ist. Es ist nur eine unlogische Logik, in die wir hineingeboren werden, die diese Tatsache nicht zulässt. Haben wir einmal begriffen, dass es kein Entweder-oder, sondern nur ein Und gibt, dann lösen sich alle Probleme, Urteile, Vorurteile, Konflikte und Streitigkeiten auf, dass sie ihren Sinn verlieren. Ich nutze hier ganz bewusst den Superlativ, denn das ist der Kern eines jeden Konflikts im Inneren wie im Äußeren. Warum sollten wir uns weiterhin streiten, wenn wir diesen Streiten einen Kontext setzen, der ihn ad absurdum führt? Es ist extrem wichtig, das zu begreifen, auch wenn unser Logikmodell sagt, dass es unbegreiflich ist. Ich empfehle, diese Ansicht zu trainieren, so kann man sie Stück für Stück in das Alltagsbewusstsein integrieren. In der Quantenphysik ist dieses Mysterium, das eigentlich keines ist, als Superposition bekannt. Unter Superposition auf Superpositionsprinzip versteht man in der Physik eine Überlagerung gleicher physikalischer Größen, die sich dabei nicht gegenseitig behindern. Dieses Überlagerungsprinzip wird bei linearen Problemen in vielen Bereichen der Physik genutzt und unterscheidet sich nur in der Art der überlagerten Größen. Oft wird die Redeweise mehrere Größen superponieren miteinander gebraucht. Mit einfachen Worten bedeutet das, dass mehrere Zustände parallel zueinander existieren können, ohne miteinander zu konkurrieren. Leider widerspricht dies der mathematischen Relativitätstheorie, was erklärt, warum diese Tatsache noch immer auf eine so breite Ablehnung stößt. Wir sind von unserem aktuellen Paradigma einfach anders geprägt. Doch der Lohn, den wir erhalten, wenn wir diese Prägung loswerden, ist enorm. Warum? Es ist ein innerer und äußerer Frieden, der auf einer völligen Abwesenheit von Konflikten beruht, denn es gibt keine Konflikte. Es gibt nur ein Wechselspiel von Energien. Polarität wird das Ganze genannt. Der Unterschied zwischen Polarität und Dualität Wie bereits erwähnt, ist das vorherrschende Paradigma das des materiellen Dualismus. Dualismus beinhaltet die Dualität. Doch in einem ganzheitlichen Verständnis der Welt gibt es keine Dualität, sondern nur eine Polarität. Jetzt könnte man meinen, das Ganze wäre Wortlauberei, doch das ist es nicht. Es ist extrem wichtig, diese beiden Begriffe klar voneinander zu trennen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man den Begriff Dualität überhaupt nicht benötigt, da er von Grund auf fehlerhaft ist. Um das Ganze verständlich zu machen, ist es wichtig, diese beiden Begriffe wirklich zu verstehen. Polarität ist das, worauf das Leben basiert und woraus das Wechselspiel der Energien entsteht. Das einfachste Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Batterie. Diese hat einen Plus- und einen Minuspol. Beide stehen in Wechselwirkung zueinander und ergeben doch zusammen ein untrennbares Ganzes, da es der Batterie erst ermöglicht, Energie zu speichern und abzugeben. Wenn wir eine Batterie jetzt dualistisch betrachten würden, müssten wir sie in der Mitte durchschneiden, weil wir nur einen der beiden Pole haben wollen, mit dem Ergebnis, dass sie nicht mehr funktioniert. Und an diesem simplen Beispiel wird der Unterschied schön deutlich. In einem Satz kann man das wie folgt formulieren. Dualität ist das, was entsteht, wenn man Polarität bewertet. Darin liegt ein tiefer Irrtum verborgen, denn es macht absolut keinen Sinn, Polarität zu bewerten, da die Polarität als solches allem zugrunde liegt und somit jenseits menschlicher Wertung eine absolute Gültigkeit hat. Polarität zu bewerten bedeutet, sie nicht zu verstehen und ihre Funktion einzuschränken. Man kann die polaren Gegensätze nicht voneinander trennen. Warum sollte man auch? Der Dualismus als Weltanschauung basiert aber darauf, genau das zu tun. Wir zerteilen die perfekte Harmonie der Polaritäten und erschaffen so einen künstlichen Unterschied und Widerspruch, der jedoch nur in unseren Köpfen existiert. Und diese Trennung projiziert unser noch dualistisch geprägter Verstand auf alles hinauf und beleuchtet so immer nur einen Teilaspekt, der die Funktion, den Sinn und die allem zugrunde liegende perfekte Harmonie verschleiert und zerstört. Durch unsere Bewertung des Ganzen schaffen wir einen künstlichen Konflikt, dessen Entsprechung wir in natürlichen oder physikalischen Prozessen nicht wahrnehmen können. Lediglich gesellschaftlich ist dies erlebbar und führt zu den ganzen Problemen, die sich immer wieder wiederholen, da wir versuchen, sie mit dualistischen, also falschen Methoden zu lösen. Kein Wunder, dass wir diesbezüglich auf der Stelle treten und die Geschichte sich immer wieder zu wiederholen scheint. Wie sagte schon Albert Einstein, eine beliebte Form des Wahnsinns ist es immer wieder dasselbe zu tun und dabei unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Buches gesondert auf viele Teilbereiche eingehen, in denen wir diesen Konflikt erleben und auch Lösungsmöglichkeiten dazu aufzeigen.